ja moin erst mal herzlich willkommen auf der old stream farm ja wir sind hier heute ein klein wenig am sehen der 681er muss man ein bisschen ran haben das ja im letzten video auch schon ein bisschen gehabt da haben wir eine zwischen frucht eingesät und heute sehen wir gerste auf die kleine ecke hier ein bisschen stroh soll das produzieren so viel brauchen wir nicht müssen store haben wir noch da kommen wir eigentlich gut mit hin aber wir brauchen ja auch immer ein bisschen nachschub und deswegen haben wir jetzt fürs nächste jahr in planung erst mal auf diesem feld nicht erst anzusehen an sich brauchen wir die gerste nicht aber wenn wir gerste haben dann ist das auch nicht verkehrt weil die bringt dann doch nichts mehr sehen bringt dann doch eigentlich am meisten geld von dem stroh tragenden oder stroh ertragenden sorten sozusagen ja und dann habe ich hier gleich noch eine ganz besondere geschichte vor das können wir glaube ich eigentlich auch jetzt mal direkt starten dann kann der hier erst mal mit helfer weitermachen ist damit die erste wieder ausschalten und dann sollte das funktionieren so jetzt ist ein reihe dann schalten wir die ps aus und dann sagen wir dem helfer mal bescheid dass der mal was tun kann ja der tut offensichtlich und wir bieten uns jetzt mal zum shop da haben nämlich was neues und zwar hat der händler mein abenteuer mit dem kompaktlader gesehen hat gesagt junger mein also irgendwie ist dieser kompaktlader zum misten nicht das richtige für dich ich habe hier was was vielleicht ein klein bisschen funktionaler für dich ist und da hat er mir in kramer hier angeboten man ist verkriegt so und weil ich gabel nach unten müssen wir müssen gucken können ja da hat aber den kramer hier angeboten und hat gesagt junger probiert immer aus das ist doch hier zwischen angenehmer mit dem auszumisten und den kramer den kannst du auch zum paletten stapeln nehmen zum ballen stapeln und 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 jetzt haben wir den erst mal zum hof und dann werden wir erst mal gucken ob wir mit dem misten klar kommen und wenn ich das hier richtig sehe entschuldigung können wir hiermit auch zum einen sind wir auch ganz fix unterwegs wie ich gerade merke schlappe 40 dann hat der allrad lenkung das machte unheimlich wendig und dann müssten wir jetzt haben wir gleich am hoch sind können wir es mal ausprobieren da ist mein hahn da hat doch das huhn regenbogen rausgezogen habt ihr es gesehen also für mich sah das wirklich so aus so wird ein regenbogen rausgezogen werden guck mal der der fährt hier so eng um die ecke da muss ich sogar noch mal ausholen so dann wollen wir einmal die gabel wieder hochkippen das können wir so machen und rauf und runter geht so aber ich meine ja der hat nämlich auch hier diese teleskop geschichte und da kommt man glaube ich richtig richtig hoch mit so könnt ihr hier eine parallel führung das ist auch echt gut und jetzt jetzt gehen wir mal raus wenn man wie hoch der kommt das ist ja wahnsinn so dann wollen wir mal gucken man kann glaube ich auch die allrad lenkung ausschalten ja das geht auch auch nur jetzt im moment nicht so noch mal gucken ob wir damit klarkommen müssen wir ein bisschen ausmisten also wenn ich ist ja das kann man ja sagen wesentlich wendiger als der kompakt lade wow und was halt eben auch gut ist der hat hinten steuergeräte kannst du dann auch mal noch mal was hinten dran hängen und kann es auch mal kann es auch mal ein anhänger dran machen weil er hat auch eine rückluft bremse jetzt mal wieder justieren lernen hier ich habe im spiegel was sehen ja es geht auch da ist der anhänger vorsicht der gerät würde ich mal sagen also der ist jetzt hier glaube ich angekommen nachdem ich jetzt hier so ein paar sachen auch erst aufgeladen habe kann ich schon mal sagen das gefällt mir gut ich habe jetzt auch nicht die große gabe gleich genommen jetzt komme ich hier ein bisschen quer durch die tür das ist natürlich da muss man noch ein bisschen mit dieser allrad lenkung checken was da genau funktioniert oder wie das genau funktioniert aber da ist schon mal sehr sehr gut so ja was mein hier bleibt er am hof ich finde gar nicht schlecht was habe ich die gabel falsch gekippt wenn man im im gerät sitzt in cap view sozusagen ist das doch alles ein bisschen schwieriger so kommen wir durchs tor gerade so rum nehmen wir fahren schon wieder schräg durch die tür nach spiegelfahren ist im ls auch nicht gerade der große kracher anhänger links im spiegel zu sehen dann ist steuer zusätzlich habe ich auch da ich ja über die tastatur spiele habe ich mir meine tastatur noch mal etwas anders eingestellt die lenkgeschwindigkeit ein bisschen runter geregelt und auch die rückstellung der lenkung auch klein wenig runter geregelt so müssen wir jetzt durchs tor kommen sagt durch an der müsste treuer müsste da jetzt genau auftauchen so da machen wir jetzt mal direkt was weil der hier hat zwar keine zapfwelle aber er hat mindestens die die bremse und die aufnahmen das müsste eigentlich passen warum stelle ich denn ja warum stelle ich den miststreuer hierhin wenn ich daran gehe er macht das auch dran geht natürlich müssen in die knie er kann aber nicht weil er keine zapfwelle hat die anschließend und arbeiten das ist klar stellen wir den mal ein bisschen weiter rüber weil wir müssen den dann wahrscheinlich auch irgendwann mal in arbeit bringen das können wir auch mal erzählen seht ihr das da war gerade so ein roter querstreifen das habe ich bei einigen geräten wenn ich die anschließend ich weiß im moment nicht welche taste dafür verantwortlich ist das runter zu stellen dass man diese rohen walten hat keine ahnung woher kommen wer das weiß möge mir bescheid geben entweder in den kommentaren unten oder auch gerne per discord ein problem so Also mit Allradlenkung gefällt mir das ganz gut. Man sieht nur nichts, wenn man nicht hinguckt. So, bisschen runter, bisschen rauf, zack, zack. Das war The Rest vom Schützenfest. Haben wir das doch. Ja, schönes Ding. Warmer. Ich muss sagen, das gefällt mir auch deshalb so gut, weil es eben kein Knicklenker ist. Also Knicklenker, muss ich ganz ehrlich sagen, ist nicht meine Welt. Mit Knicklenker fahren, no way. Vorhin auch noch mal ausprobiert, in einem Testspiel ging gar nicht. Absolut nicht mein Ding. Warte mal, die Tür geht nach innen auf, ne? Hurra. So. Hier rüber hopsten. Kann ich die Tür aufmachen? Ne, die geht doch nach hier auf. Hab ich mich da so getäuscht? Ja, da muss ich dem Händler wohl Bescheid sagen, er kann nun mal ein Stück fertig machen. Ich muss da rausgleichen. Prima. Das gefällt mir. Kann man lassen. So, hier machen wir gleich wieder zu. Prima. Und dann... Sagen wir mal eben durchs Tor, mal gucken, wie war der Deutsch ist. Ne, ne? Also da... Da suchst du dir einmal jemanden, der das machen soll, ne? Und dann das. Der haut einfach ab. Gibt's doch nicht. So, wo bin ich, da bin ich. Ich kann's ja auch keinen mehr verlassen. So, da hat er auch nicht richtig gesehen. Aber es ist natürlich auch scheiße mit den Bäumen hier, ne? Die sind natürlich echt sehr dicht. So. Ziehen wir jetzt gleich ein zweites Vorgewende entlang. So weit brauche ich gar nicht. Auch wenn du bist da vorne. Soll ich das jetzt nochmal mit dem Helfer probieren, oder soll ich das gleich lassen? Können wir hier auch Curseplay nehmen, aber der macht dann gleich wieder die ganze Wiese, und das braucht dann gar nicht. Weil wir jetzt schon ein Stück gemanagt haben. So, da habe ich mir gedacht. Kannst du auch keinen Helfer mehr verlassen. So, jetzt aber. Ah, wieso Sie? An gucken, wo man es schafft, ne? Langsam. Ich kann da nicht hingucken. Lassen wir das. Lassen wir die mal machen. In der Hoffnung, dass es klappt. So. Und dann haben wir den Kramer geholt. Wir haben sie auf Tour gebracht. Dann müssten wir jetzt eigentlich liegen. Eigen. Hallo. Diese Hühner sind auch geil. Naja, dann müssten wir jetzt eigentlich gucken. Wir könnten, wir könnten einige Sachen verkaufen. Da muss ich nochmal gucken, ob das der richtige Zeitpunkt ist. Wir sind im September. September. So, Weizen brauchen wir eh nicht verkaufen. Raps. Raps. Können wir im November gut verkaufen. Dann müssen wir noch. Zwei Monate warten. Sorgung im Januar. Eier auch im November. Milch ist jetzt ein guter Preis. Wir können aber auch bis Februar warten. Aber ich glaube, dann ist der Tag voll. Und da wären wir bei 2,259. Und wo sind wir jetzt? Bei 2,299. Aber die Bäckerei, die wird nicht so viel annehmen. Wir fahren einfach mal ein bisschen Milch weg. Das kann doch nicht schaden. Dazu juckeln wir mal. Hier oben rauf. Hier steht noch der Case vom Dünger streuen. Da musst du auch vorhin mal ein bisschen arbeiten. Ja, ich schmeiße ihn jetzt an. Ja, ich schmeiße ihn jetzt an. Dann nehmen wir hier unseren neuen Weg, den wir gebaut haben. Guck mal hier. Da ist schon unsere Zwischenfrucht. Ölrettich. Der sieht doch schon richtig gut aus. Klasse. Das hat ja wunderbar funktioniert. So, dann können wir gleich, wenn wir schon mal hier sind, einmal noch mal kurz ein bisschen Diesel tanken. Glücklicherweise müssen wir den gerade nicht kaufen. Wir haben noch was im Tank. Weil ich nicht weiß, wie viel wir dann haben. 635 Liter können wir jetzt kaufen. Dann ist er wieder voll. Nein. Da sind drin... 400 Liter sind noch drin. Das kann man lassen. So. Ich muss mal den Deckel auf. Das ist ja noch Wasser drin. Dann muss man mal. Dann haben wir das Wasser raus. Oh, wenn ich da vorne durch den Torbogen gucke, dann könnte es mit dem Elfer geklappt haben. Mit Susi. Das wird dann mal kommen, ob Susi ist wieder am Baum klebt. Oder ob sie noch fährt. So wie es aussieht nicht, weil... Irgendwann ist sie ja dann mal vorbeikommen. So, Klappe zu. Und dann gucken wir einmal. Ich weiß gar nicht, wo die Bäckerei sitzt hier oben. Die Markierung setzen. Dann müssen wir irgendwo blinken. Ach, hier gegenüber beim Händler. Ja, Mensch, richtig. Machen wir doch auch schon. Oh. Wenn ich durchs Tor gucke, dann hat Susi scheinbar... Dann hat Susi scheinbar fein gearbeitet. Und ist jetzt fertig. Ehrlich. Na ja, bis auf die kleine Ecke hier vorne, aber... Das ist auch nicht verwunderlich. So. Dann... Haut sich mal kurz rüber. Ja, das ist doch schnuggelig. Und der 681er, da macht es auch richtig fein. So, gut. Jetzt gehen wir mal... Jetzt nehmen wir mal... Gucken, ob das geht. Ob wir das zurechtkriegen. Dann packen wir den nämlich mal zum Mittel des Hofes. Hofzentral mit Autodrive. Bis auf den Weg. Und wir fahren schön... Zur Bäckerei mit unserer... Milch und dem ganz leisen Case. Genießen wir doch einfach mal den Zaun. Na... Haben wir ein bisschen Schwierigkeiten? Hahahaha... Ehrlich. Ehrlich. So, wollen wir hier mal abbiegen. Einmal schön zischen und dann lassen wir das mal laufen. Dann gucken wir das da mal raus. Warum hat er aufgehört? Weil der Bäcker mal wieder nicht mehr nimmt. Genau das ist nämlich das Problem. Der Bäcker nimmt einfach nur ein paar tausend Liter. Der nimmt nicht genug. Aber dann fahren wir jetzt noch mal zur Molkerei runter. Schauen, wo die dann ist. Das blinkt genau auf der anderen Seite. So, machen wir den Berg wieder runter, ne? Also wenn wir den Bergbergen. Okay. Dann hören wir den Raum. Dann führen wir da kong tulee. Mal gucken, wie wir da jetzt rumkommen. Machen wir einen kleinen Ausflug, das hätte man eigentlich gleich da vorne links abbiegen können. Aber vielleicht verfahre ich mich auch rein. Schöne Gegend hier, wirklich schöne Gegend. Ich mache mal das Menü weg, dann kann man noch ein bisschen durch den Becher gucken. So. Oh, er hat ein bisschen zu kämpfen, ne? Obwohl er eigentlich Power genug hätte. Berg hoch ist aber dann doch so so ne Sache. Schönes Flüsschen. Halt, stop, 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 stop. Steht auch dran, extra ein Schild. Da geht's zur Beukerei. Zurück nehmen wir dann den kurzen Weg über die Koppel von der Zwölf entlang. So. Aber man muss ja auch mal ein bisschen durch die Gegend fahren. So, das war gerade eben schon mal 4700. Gucken wir mal, was jetzt mal rauskommt. Läuft ja ganz ordentlich. Das ist doch ganz fein. Ja, lecker. 34, also fast 35 plus die 47 gerade. Also mal gute 38.000, die wir da rein gesagt haben. So, dann gehen wir hier rum. So, dann gehen wir hier rum. Den stellen wir mal wieder oben hin. Da steht er eigentlich am besten. Oder ich fahre ihn hier rein. Das kann ich gar nicht mal machen. Ich kann ihn eigentlich mal hier rein stellen. Weil unsere Silage, die ist ein bisschen durcheinander geflogen. Die werden wir hier jetzt eh nicht abliefern. So. Kann man lassen. Ja, was meint ihr? Ich glaube, das war es dann auch schon wieder für diese Runde. Hier ist die Silage ein bisschen durcheinander geflogen. Ich habe es versucht, wieder ein bisschen hinzukriegen. Aber ich würde sagen, die fahren wir dann nochmal in der nächsten Videos mal weg. Und gucken, was wir dafür rauskriegen. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Habt eine gute Zeit. Wir sehen uns im nächsten Video, wenn ihr Bock habt. Und passt gut auf euch auf. Bis dahin. Euer Enzonator. Tschüss. Einvahner